Oh man, guck mal recht schnell! Peace out, du hast gedacht, das ist Calvin. Ich find's Marvin. Heute zocken wir wieder Five Nights at Freddy's. Leute, wer kennt das doch von ganz früher? Wir haben damals angezockt und jetzt wollen wir von vorne starten. Es gibt mehrere Teile. Wir fangen mit dem ersten Teil an. Wenn das gut ankommt, machen wir alle Teile durch. Yes, Leute, deswegen Daumen hoch für mehr Five Nights at Freddy's. Jetzt schon, Leute. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Und, bist du bereit? Bin bereit, Mann. Dann würde ich sagen, let's go! Okay, wir beginnen. Ein ganz neues Spiel, oder? New Game. Okay, ich fang an zu zocken. Abwechslung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Das ist die Sache, ne? Nur noch im Kopf. Also, wir sind auf jeden Fall in einer Pizzeria. Und die hat schon geschlossen. Wir sind in der Nachtwache, glaube ich. Erste Nacht, 0 Uhr. Und wir müssen durchhalten bis 6 Uhr morgens, glaube ich. Dann haben wir es geschafft. Okay, wir werden angerufen. Wir würden gerne abnehmen, wo ist es denn? Achso. Gibt es schon jemand dran? Ich glaube schon. Okay, auf jeden Fall sind das hier die ganze Kurzschliziere. Eins, zwei, drei. Genau. Drei Stück. Und wenn die verschwinden, dann wissen wir eins, sind gerade unterwegs. Es gibt, glaube ich, wie viel gibt es, ist die Frage. Gibt es jetzt vier oder drei? Und die Batterie geht halt leer, wenn wir das Ding benutzen. Ja, ja. Man kann Licht anmachen, Tür zu. Hier genauso, Licht an und Tür zu. Wir sind alle noch da. Eins, zwei, drei. Ich hoffe, es gibt nur drei. Easy, easy. Ich glaube, erstmal labert er uns voll und dann geht es erst los. Ja, hier sind auch noch drei auf dem Bild. Auf dem Bild. Drei Stofftiere. Ja. Ein Bär. Eine Ente. Das andere war ein Teddy, oder? Ja. Alles easy. Oh, wir haben ein Ohr. Leute, gleich geschafft. Okay, der Typ hat ja nicht aufgelegt. Wir sollen die Türen also nur schließen, wenn es echt nötig ist. Alle drei Kuscheltiere sind noch am Start, Leute. Ja. Und dann auch brav auf ihrem Plätzchen. Wenn ich sie die ganze Zeit angucke einfach. Die haben ja eigentlich genug Akku. Genau. Oder? Es könnte auch noch zu verhängnis werden für später. Falls wir wissen müssen, wo die sind. Aber für die erste Nacht ist, glaube ich, easy, oder? Eigentlich. Ich bin auch gespannt, ob die sich einfach so bewegen. Wenn wir jetzt die ganze Zeit... Wir könnten jetzt Härtetests machen, Mike. Könnte man auch jetzt, ne? Der Akku geht ja eigentlich noch, oder? Denkst du mal ganz kurz noch raus und zack, zack. Ja, dann ist einer weg. Safe. Denkst du? Safe. Wenn wir so bleiben... Oh. Hast du das gehört? Oh, oh. Hä? Sind wir rausgeflogen? Ah. Sind doch noch alle da. Hast du aber auch gerade so ein Geräusch gehört, ne? Das ist vor uns. Da ist aber nichts. Aber ich habe was gehört eben. Okay, die sind auch da. Oh, oh. Wo? Aber alle sind noch da. Hier ist die Eingangshalle. Hier sind wir drin. Alles noch easy? Ich bleib drauf einfach. Guck mal, drei Uhr nachts. Ja, drei Uhr nachts. Ich glaube, bis sechs Uhr müssen wir noch durch. Oh nein, das Licht geht aus. Oh mein Gott. Ich wusste, da passiert irgendwas, ey. Nein. Okay, einer ist weg. Die Ente ist weg. Wo ist die? Ist die Frage. Wir müssen einfach bei uns gucken. Wo ist die? Wo ist die? Siehst du irgendwo Umrisse? Nein. Wer ist weg? Die Ente? Ja. Wow. Okay, Ente. Die ist auf sieben. Auf sieben. Oh mein Gott, ey. Die anderen sind noch da. Oh, Licht ist wieder aus. Komplett aus. Was soll das? Nein. Wer ist noch weg? Ente? Andere Stofftier. Ich muss kurz auch nicht machen. Lila Stofftier. Also merkt ihr sieben, eins. Sieben und eins. Sieben und eins. Da? Ist da jemand? Ne. Ne. Sieben, eins. Wo ist das andere? Sieben? Eins, sieben. Ne. Sieben. Ich finde das nicht. Oh mein Gott, wo ist der? Ich finde das nicht. Guck mal hier durch. Jawohl. Alles davon. Zwei. Nichts. Nichts. Bei uns? Oh. Licht ist aus. Soll ich das Licht anmachen? Ja. Guck mal. Ist nichts. Das war doch rechts, oder? Sieben. Eins. Sieben. Ah, hier. Sieben. Eins. 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 Okay. Easy. Easy. Wente, was geht? Hast du einen Mund drauf? Also das, was ist das nochmal? Ist das ein Hase? Mhm. Oder was war das? Sieht auch aus wie so ein Teddy. Das ist eine Ente? Soll eine Ente sein, glaube ich. Ist das eine Ente? Schon. Okay. Teddy, Ente. Und was war das? Hase? Jetzt gucken wir mal auf dem Poster. Genau. Auch ein Bär sozusagen. Ja. Okay. Lila Teddy. Oh nein, 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 nein. Wo ist die Ente? Wo ist die Ente? Wo ist die Ente? Wo ist die Ente? Oh, oh. Okay, ist alles gut? Was? Shit. In der Küche sah das nicht komplett aus, ne? Küche? Wo war die Küche? Oh, da hinten ist die Ente. Oh mein Gott, was geht ab? Es waren zwei. Oh, oh. Irgendwas geht ab. Was soll ich machen? Geh nochmal auf die Kamera. Links von uns. Oh, der ist rechts von uns. Oh mein Gott, rechts von uns. Der ist hier. Was soll ich machen? Tür ist zu, ne? Tür, mach die zu. Ich mach die zu. Ich mach Licht aus. Okay, Tür ist zu, rechts. Verliehen ins Power, aber egal. Der war rechts von uns. Das ist ja zu nah. Okay, müssen wir links von uns checken. Easy. Genau. Ich lass einfach zu. Ja, lass erstmal zu. Sonst würde der reinkommen, ja. Nur eine Tür weiter. Oh, da steht jemand. Der ist immer noch rechts. Ist das rechts? Oder ist das links? Das ist links. Soll ich links zu machen? Ja. Ich hab jetzt beides zu. Okay, jetzt kann da keiner mehr reinkommen. Links ist immer noch. Ist der rechts immer noch da? Man sieht nicht. Ah, ich kann Licht anmachen. Da kann ich ja gucken, ne? Hä? Hat gar nichts ausgemacht, ne? Gar nichts. Geht das nur kurz? So, okay. Irgendwie nur kurz. Okay, links ist jetzt immer noch da. Rechts, ich kann nicht sagen. Ich seh nix. Alter, da sieht man echt nix. Wir müssten es jetzt gleich geschafft haben. Ich glaube es ist sechs Uhr. Warte, eine Stunde haben wir es geschafft. Ist da noch einer? Ne, der ist weg. Ich kann wieder aufmachen. Ja. Okay, links ist... Wow! Puh! Wo ist der Mann? Oh, vier Prozent nur noch. Oh mein Gott. Wir müssen warten. Ich kann nichts mehr machen, oder? Erste Nacht gleich. Oh mein Gott, ich muss checken. Okay, links, wir sind safe. Aber geht die Tür jetzt auf oder nicht? Bitte, bitte, bitte. Sechs Uhr, sechs Uhr. Komm, ein Prozent. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Komm, 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 komm. Bitte, bitte. Ja! Ja! Kurz vor. Nice. Mit ein Prozent einfach. Die erste Nacht. Erste Nacht. Erste Nacht geschafft. Okay, zweite Nacht. Du bist dran, mein Freund. Na, ich bin dran. Okay, geht einfach dran erstmal. Erstmal noch gar nichts benutzen am besten. Wow. Zwei sind unterwegs. Oh, einer ist auf 1b. 1b. Du buchst an. Ne, ist nur... Oh. 1b? 1a, b und c. A, b und c. Okay, mach erstmal weg. Bisschen Akku spannt. Immer noch. Ja, ja. Okay, alles easy. 1 Uhr schon. Mhm. Der labert halt noch, aber der meint, wenn man die am Licht sieht, hat man kurze Zeit zu reagieren. Okay. Falls du mal Licht anmachst, die siehst, dann direkt die Tür zu. Ja. Okay, er hat aufgelegt. Wir sind auf uns gestellt. Können nochmal checken. 1a, 1o, b ist weg. Oh mein Gott, der hat schon bewegt. Ja. Okay, wir müssen... Genau, guck erstmal die Türen neben dir. Oh, nichts. Ist er da? Ne, ne, ne. Oh. Okay. Ich höre da was. Oh mein Gott. Okay, 1c und 1a. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Vielleicht da, wo Licht aus... Oh, rechts ist Licht aus, pass auf. Oh, rechts von dir. Mach mal Licht an kurz. Kurz? Okay. Mach raus wieder. Okay, ne, ne, ne. Hier ist rechts, ne? Okay, guck kurz auf der Cam rechts. Immer noch aus. Ne, rechts von dir. Achso. Oh, oh. Ich mein hier... Ah, hier ist neben der Tür, ne? Ja, das ist neben der Tür. Aber da ist Licht aus. Man muss ab und zu Licht anchecken. Okay, okay, okay. Mach raus wegen Strom. Guck mal links von dir. Hier. Oh, da steht jemand, oder? Nein. Ey, das sieht immer so aus, Mann. Was ist das? Oh mein, guck mal rechts, Chef. Wow! Ich hätte die Tür zumachen müssen nicht, weil da war ja dunkel der Raum. Da muss man Tür zumachen. Ich hätte schon zumachen müssen. Leute, ich schreib Tipps in die Comics, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Sobald man auch kranke Geräusche hört, ich glaub dann Tür sowieso zu. Und vor allem, wenn man die auch nicht sieht. Ja, wenn Licht aus ist. Und neben dem Raum war aus. Wir müssen... Komm, die zweite Nacht. Vielleicht schaffen wir die noch. Wir müssen mal rocken hier, die zweite Nacht. Okay, komm, noch ein Versuch. Oh mein Gott, Alter. Alter, wie da ankam, Leute. Werfen die Comics, wie er den Jumpscare verkraftet hat. Ja, Mann. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Zweite Nacht. Oh. Oh, da summt er schon. Ey, der ruft nicht an. Ich dachte, er ruft an. Wir können ein bisschen chillen. Okay, die sind alle auf ihrem Platz. Das ist noch miesig. Eine schöne Nachtschicht. Ey, können wir hier snacken eigentlich ein bisschen? Ja, eine schöne Cola und ein Döner. Du meinst, das ist ein Döner? Eingerollt in ein Burger, oder? Ein Burger. Sieht aus wie Five Guys. Stimmt, ey. Wow, und da hat sich der pinke Teddy wieder selbstständig gemacht. Oh, was steht da? Das ist ein Bär, ne? Ja, pinke Bär. Also wir haben ein Bär, ein Braunbär und eine Ente. Der hat Hasenohren. Aber ist das ein Hase, Leute? Oder ein Bär? Ist das ein Hase? Ich weiß, wo in die Kommis ist. Das ist Teddybär, Ente und diese Hasengestein. Hasenbär. Ich glaube, ab 1 Uhr wird's, ab 2 oder 1 wird's härter. Okay, 1 Uhr. Oh, der ist weg. Oh, oh. Ist der da? Nein, guck mal. Sicher? Was ist das immer? Ne, sieht nur so aus. Sieht nur so aus. Oh, wie ist Licht aus rechts? Oh, rechts aus? Ja. So, ich schau mal zumachen? Vorher erstmal zumachen kurz. Jetzt schon? Ja, ganz kurz. Okay. Ich hab Schritte auch gehört. So lange wir den nicht sehen können. Dann müssen wir erstmal nur links gucken. Und die zwei sind immer noch hier. Also rechts sind wir erstmal safe. Bis das Licht an geht, lassen wir die Tür mal zu einfach. Ja, genau. Wir müssen ein bisschen mit Taktik spielen. Und Zeitmanagement. Wir haben auch den Jumpscare von eben gelernt. Ja, Mann. Hier ist nix. Ja, der ist safe hier. Ja, der ist safe. Weil sonst sehen wir den nirgendwo. Und da ist alles dunkel. Okay, easy, easy. Okay, die sind auch noch da. Huh. Wenn ich die jetzt anmache. Ach so. Ey, der sieht immer wieder aufs Neu so aus, als wär da jemand. Immer wieder. Wow. Warum? Warum? Der hat doch zugemacht. Warum? Die Tür war doch zu. Ja. Ach, kann der durch die andere auch gehen? Ja. Aber wie denn so schnell? Aber wie soll man denn kontrollieren, wenn der Raum dunkel ist? Boah. Man muss noch intensiver gucken. Wie? Noch mehr gucken. Ja, gönn dir, Alter. Leute, ihr müsst uns Tipps in die Comics schreiben. Leute. Was? Was hätt ich denn jetzt anders machen sollen? Ich hab alles abgecheckt, Mann. Wir suchen jetzt. Die Tür war zu. Wollen wir eine Tür zumachen? Oder beide Türen zumachen? Beide dann kurz. Weil das reingesteppt. Bis alles, bis beide Lichter an sind vielleicht. Ja, okay, genau. Okay, mach Continue. Und noch mal die Nacht zwei. Okay, chill erst mal am Anfang wegen Akku. Okay, check mal, ob die noch da sind. Oh, einer hat sich bewegt. Okay, er ist auf B. Der Kollege wieder hier. Er ist auf B. Cam 1 B. Vielleicht müssen wir auch öfter die Cam an. Oder ich weiß nicht. Erst mal ab 1 Uhr wird es hart. Ab 1 Uhr. So ist noch chillig. Zeit im Auge behalten und regelmäßig kontrollieren. Sobald irgendwo Licht aus ist, beide Türen zumachen. Da kann eigentlich erstmal nichts passieren. Genau. Und dann auch bei beiden Licht anmachen. Genau. Okay, wir haben 1 Uhr. Guck, 1 B. Okay, easy. Können Sie jetzt erstmal drauf halten auf den. Aber die anderen könnten ja auch weg. Hustlen. Beide noch da. Alles easy. Alles easy. Wow. Okay, der ist weg. Check die Türen. Ah, okay. Ist das der? Moment. Sieht aber anders aus. Ganz kurz kontrollieren. Es war, meine ich aber der. Das Licht aus, Alter. Geht immer nicht. Wo ist das Bluff? Guck mal 1 C. 1 C. Ich glaube, das ist ja gar nicht. Das ist was anderes. Das ist eine andere Gestalt. Das Bluff. Wie wirkt es anders aus? Vielleicht Blufft der. Vielleicht hat der was dahingestellt. Oh. Hier ist dunkel. Mach die Türen zu. Mach die Türen zu. Mach die Türen zu. Mach die Türen zu. Der auch. 1 C. Okay, jetzt hart. Batterie geht jetzt schnell leer. Aber wir müssen. Im Licht kann ausbleiben, ne? Jaja, das zieht nur mehr Strom. Wir gucken mal rein. Eigentlich brauchst du gar nicht gucken. Oh. Bis du alle siehst. Bis du alle siehst. Ich alle sehe. Stimmt. Wir lassen es laufen. Erstmal chillen. Sagen wir bis 40% dann gucken wir wieder. Weil wir haben bis 6 Uhr Zeit, oder? Ja. Oder 50%? Ja, 50% dann. Dann gucken wir. Ja, so kann es eigentlich ja nichts passieren, oder? Eigentlich ist das so. Oder können die da reinklettern, oder was? Das ist die Frage, ob wir jetzt eines Besseren wert werden. Ich glaube, die können ja jetzt nicht reinklettern. Meinst du die nochmal um gleichzeitig? Kann auch sein. Okay. Geht schon schnell vorbei, die Prozent. Ja. Leute, das ist doch nicht so. Ja. Sechs. Fünf. Aber vielleicht drei Uhr, oder noch drei Stunden. Oh mein Gott. Das geht auch schneller als gedacht. Check mal jetzt, wo alle sind. Einer ist da. Okay, eins. Zwei. Der ist immer noch da. Zwei haben wir. Noch einen. Okay, drei. Der ist da. Okay. Mach auf, mach auf, mach auf. Dann bist du safe erstmal. Wegen Sparen. Sparmaßnahmen. Genau. Jetzt sind wir erstmal safe. Solange die da auf drei... Wo ist die Ente? Eins C und eins C und eins A glaube ich. Eins C. Eins C. Achso. Oh. Ich höre was. Oh, mach zu, mach zu. Mach zu. Hört sich das Dreck was gehört? Wow. Irgendwas geht da ab. Okay, guck mal hier. Eins A. Eins. Brauntel ist da. Eins B. Zwei. Und auf drei war einer. Oh, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Okay, der ist genau neben uns. Der ist links, ne? Ja. Oh, linke Seite. Vor der Tür ist der sogar. Krass. Wo ist das? Ich glaube das ist genau vor der Tür. Warte, hier ist vor der Tür, ne? Das ist genau vor. Weil hier sind wir ja wieder. Oh Leute, wenn wir die linke Tür aufmachen, der kommt direkt vor der hier steht. Ja. Okay, wir haben drei Uhr, Alter. Wo ist die Ente, Digga? Ja, die waren auch hier auf dem... Ah, das ist echt ein Bluff. Auf B und A. Hier ist der. Ach, da hab ich das gesehen. Und auf A. Okay, mach zu, Laptop. Ja. Akku, ey. Musst du einfach auf dem Schirm machen. 30%. Der ist genau hier. Ja. Keine Wahl, Mann. Was werden wir den jetzt erwischen? Soll ich mal ganz was auf dem Schirm machen? Nein, nein, nein. Guck noch mal, ob der da ist. Mach mal jetzt kurz das Licht an. Ganz kurz. Ach so, wie das aussieht so? Strom geht zwar ein bisschen. Okay. Bringt nichts, ne? Ne, ne. Mach aus. Chill, chill, chill. Boah. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen mit Akku. Chill, Akku. Ja, ja, ja. Okay, okay. 20% Mann. Und wir haben noch drei Stunden Halbzeit. Oh mein Gott. Meinst du, die gehen doch wieder weg, wenn die so nachher sind? Ja, dann können wir die Türen aufmachen. Ganz kurz. Guck mal, ob der weg ist. Okay, der ist weg. Warte. Guck mal, alle Türen neben dir. Ja. Weg. Weg. Oh, rechts ist aus. Oh mein Gott. Also hier ist aus, ne? Der könnte da sein. Da ist einer links. Diesmal ist da einer links. Da war gerade einer. Oh. Warte. Da. Oder? Oh. Oh, ist ausgegangen. Ja. Mach raus. Das ist nur 7%. Ne, wir schaffen das nicht. Oh mein Gott. Wir sind tot. Ja, wir haben Halbzeit, ne? Okay, mal gucken, was passiert. Ich glaube, 4 Uhr, ne. Wir haben zu viel Strom verbraucht. Oh mein Gott. Klingt eigentlich so ein Jumpscare auf den Nacken? Ja. Okay, Leute, wir haben viel zu viel Strom verbraucht. Okay, mal gucken, wie die ankommen jetzt. Aber wir sehen das jetzt eigentlich auch. Ja, zwei Stunden offen. Also wir hätten nicht so viel gucken dürfen. Ne. Also man kann nicht ganz einfach... Entweder haben wir zu lange die Türen zugemacht oder haben wir zu lange geguckt? Das ist die Frage. Wir werden jetzt so rasiert, Alter. Ja. Ja. Also ich weiß, wir werden rangenommen. Alter. Was ist denn jetzt? Kannst du uns suchen? Hä? Wir sind tot oder was? Was geht ab? Haben wir es geschafft? Hä? Wir haben es geschafft, ja! Hä? Ist der Friedrich oder was? Hä? Hä? Ist das dieser Fake... Ähm... Das ist der richtige Teddybär. Oh oh. Oh. Geht das aus? Oh. 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 Leute, wir brauchen unbedingt Tipps für Fanpike 9. Oh, richtig krass Tipps. Alter, obwohl das die zweite Nacht war, war das schon hart. War das schon hart, ne? Oh mein Gott, man. Okay, krass. Aber ein krankes Game, Leute. Wenn wir das auch komplett mal durchspielen sollen. Es gibt ja auch tausend Teile. Dann gib Fetten da hoch. Und wir beginnen in neue Ära. Yes. Und noch schöne Grüße an Lea. Bam! Du hast uns hier auf YouTube abonniert und die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auch was gegrüßt wollen, müsst ihr das Video liken. Lasst uns einfach hier auf Brownies abonnieren, die Glocke aktivieren. Und in den Kommentaren hechte Glocke aktiv kommentieren. Und ihr habt die Chance hier eingeblendet zu werden. Viel Glück. Yes. Bis zum nächsten Video. Peace.